Aus der vierten Staffel der ProSieben-Show Popstars ging die Band Nupagadi hervor. Nur neun Monate und eine Nummer-eins-Hit später war es aber schon wieder aus mit dem Quartett. Die vier Bandmitglieder Markus Grimm, Patrick Boinet, Christina Dörfer und Doreen Steinert gingen allesamt unterschiedliche Wege. Doreen, die als erstes Mitglied die Band verließ, versucht sich seit mehreren Jahren als Solokünstlerin. Der große Erfolg blieb bisher jedoch aus. Die Sängerin hielt sich nach dem Band aus am längsten in der Öffentlichkeit. Auch durch ihre sieben Jahre lange Beziehung zu Rapper Sido. 2019 veröffentlichte sie unter dem Namen Ruin die Single Miss You. Ihr aktuellster Song ist ein Feature mit Finch asozial mit dem Titel Blowout. Nachdem sich ihre Ex-Kollegin Christina Dörfer auch erst als Solokünstlerin versucht hatte, stieg die Brünette auf die Schauspielerei um. Sowohl in Verbotene Liebe als auch Sturm der Liebe war die Darstellerin zu sehen. Aktuell steht sie für die TV-Serie Der Beischläfer vor der Kamera. Heute ist Christina mit dem Schauspieler Joscha Kiefer verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter hat. Markus Grimm versteht sich vor allem auf das Schreiben. Nach dem Band aus verfasste der ehemalige Musikjournalist Songtexte für andere Künstler und für eigene Veröffentlichungen. Außerdem schreibt er Lieder und Texte über die Märchen seiner Namensvetter, den Gebrüdern Grimm. Patrick Pat Boinet ist das einzige Bandmitglied, welches sich heute komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Zuerst wirkte er als Jurymitglied noch in der Karaoke-Show Shibuya auf Biva mit. Danach verschwand er völlig von der Bildfläche.